BAM! Ja, kostenloses Abo, direkt nach der Season kommt das Video online, liebe Grüße an alle, ich, Fratz Schneider ist raus mit den Grüßen, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Lasst es positiv, werdet ein kostenloses Abo da und schreibt in die Kommentare, was euer erster Eindruck von der neuen Season ist, alle Infos werdet ihr jetzt im Video erfahren, viel Spaß. Call of Duty, wenn nicht Call of Duty, wenn am Anfang irgendwie nichts funktionieren würde, der Playlist-Update ist noch nicht da, der Battle Pass ist aber da, also wir können die neuen Modis jetzt gerade 18.30 Uhr noch nicht spielen, aber dafür den Battle Pass kaufen. Hier gibt es eigentlich nichts Besonderes, zwei neue Waffen, die Custom habe ich mir schon freigestaltet, die DTIR noch nicht, ich mach mal mit der Custom hier an, aber ich sag einfach mal so, wir werden damit jetzt spielen, aus dem Schießstand hat sie jetzt noch nicht so überzeugt. Was aber sehr geil ist, ist diese Camo, das ist die neue Master Prestige Camo, die hat 300.000 XP als Anspruchsprofil quasi, 300.000 XP müssen mit einer Waffe verdienen, um diese geistkranke Tarnung zu, ja, frei zu spielen, sieht aber wirklich geil aus, muss man sagen, sehr, sehr freaky, ich stehe auf sowas, ich finde das ganz cool. Die STG auf der anderen Seite hat einen relativ starken Nerf bekommen, da wurde der maximale Schaden, maximale Schadensverschweite verringert, äh, Nier-Schaden, also der, ne, der mittlere Schaden, der Torso-Multi-Modifikator, die ganzen Multiplikatoren wurden ein bisschen genervt. Und hier sind wir jetzt auf der neuen Rebirth-Map, die ein bisschen aussieht wie Stranger Things, wir haben hier so eine riesige Blase unten, und, äh, wir schauen jetzt mal, was wird, I guess, ob wir jetzt direkt fliegen, fliegen, fliegen wir da jetzt wirklich hin. Okay. Er hat sofort eine Waffe gefunden, wir haben alle, die wir sagen, und wir sind alle tot, wir lachen scheinbar direkt mit Lodi und ich habe eine, äh, neue Waffe, die keine Aussätze hat. Das soll jetzt auch eine ganz gute Motivität sein. Christian, wolltest du mal ein Briefing geben? Briefing? Was für ein Briefing denn? Ich bin mit Loadout spawnen und so. Wir spawnen mit Loadout. Ja, und ich bin wieder zuerst. Also, ich gehe 0-2. Neu ist diesen gefällt mir bisher gut. Äh, wie schaut's? Also, man spawns mit Loadout auf jeden Fall. Weiß nicht, ob ich das so geil finde irgendwie. Aber es gibt ja mehrere neue Modis mäßig. Ich habe mir spaßeshalber die HRM jetzt mal reingezogen, für gute alte Zeiten. Und man kriegt keine Punkte, oder? Ist der Bug, wenn man jemanden lockt? Ich habe auch noch kein Kill. Boah. Da steht nicht so kurz irgendwas. Man kriegt nicht mit, dass man jemanden lockt. Ich glaube, die, er spricht die Superior, der kracht. Glaubst du nicht. Und die Static hat auch keinen Nerf bekommen. Glaubst du nicht. Okay, aber doch. Also, ich habe jetzt zwei Kills, aber, äh, da geschehen keine Punkte, dass es wieder Bug ist. Hast du so eine komische Kamerafahrt nach dem Tod? Ja, ist auch ein bisschen weirdo, ne? Also, ja. Boah, das, also das LMG ist wirklich Arsch mit Soße, glaube ich. Arsch ist Soße. Ich gern deinen Arsch essen. Was okay ist? Ich habe die ganze Zeit keine Platten. Ich müsste jetzt schon um die Muppe. Scheiß ist krank. Ich könnte jetzt schon um die Muppe. Ich bin langsam wie so ein Brauchchen. Ich habe nur Action da oben drauf, what the fuck. Aber geil auch irgendwie. Nein! Was genau passiert da? Ne, ich bin schon unten. Okay, komm mit dir. Alter, geil! Fortnite! Fortnite! Und hier? Ja? Schließen wir auf Gegner? Ja, also hier gibt es keine. Ich bin kein Gegner. Doch, hier gibt es keine. Es gibt keine Gegner hier. Ähm, doch, aber hier ist, äh... Kann man nicht irgendwie so die... Kein, kein Damage bekommen zu hier. Kann man die Seite nicht wechseln auch? Ja. Wie war das denn nochmal? Welche Tast muss man nochmal... Äh, L... L3. Was ist das? So... Es ist so... Geht ihm mal Finisher. Spieler loben. Ja, so kannst du farmen für die neue Waffe. Nein! Sie haben Bots. Ich muss noch Fleischmextrad von Mb2 bekommen, dass da ein Heddy mit Smokegranaten gelandet ist, ne? Hast du Doppel-XP an? Ich muss noch Doppel-XP anmachen. Geht ein, ich hab Doppel-XP an. Lalalala. Ey, bleib doch hier! Kompliment von mir. Der hat setzt eine Moskito ein. Kompliment. Let's out Boost-XP. Das ist so. Und Level 2. Ohne Einkehge was zu haben. Das ist krank. Aber es sind halt nur 20, ne? Das ist schon sehr wenig, glaube ich. Ja, aber die ganze Zeit halt, ne? Ja, haha. Was? Das ist nicht schlecht. Gute Runde. Lass man gleich eine Runde zusammensuchen, Chef. Alle gleichzeitig. Ja, ich hab Waffe gewechselt. Bleib drin. Oh, wenn der rausgeht, dann... Dann... Level 3. Hä, wie? Ich bin Level 3. Ich hab noch Doppel-XP angemacht. Hey, 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 hey. Wartet auf niemand. Wer wollte schießen? Hahaha. Ja, also wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal die erste Möglichkeit gefunden, die Waffen zu leveln. Die neuen, äh, liebe Zuschauer. Wo liegt der denn? Den hole ich mir. Hey! Ich würde gerne noch den anderen Modus, äh, irgendwas anderes testen. Ja, ja, ob jetzt. Weil das, das, das kann ja nicht, äh, alles sein hier. Oh, oh mein Gott. Fantu. Zelt in der Hose. Fantu lädt Video hoch. Best Update aller Zeiten. Man sieht gar nicht auf der Map. Hahaha. Alles voll mit Nebel. Ich habe jetzt sogar, nachdem ich gerade nur Kracher bekommen habe. Ah, hier sind wieder die Zombies auf dem, äh, auf dem Auto wollte ich schon sagen, auf dem Flugzeug. Mit der Shotgun, die ich gespielt habe, weil ich es nicht mehr ändern konnte, habe ich jetzt auch mal die DMR ausgerüstet. Und, ich habe gerade eventuell den neuen Rose-Skin gefunden. Ihr seht's gerade schon. Das ist einfach ein komplett schwarzer Skin. Bam! Äh, einfach ein komplett schwarzer Skin. Ich bin mal gespannt, äh, wie man dann jetzt in irgendwie dunklen Ecken sehen wird und ob man das abpacken wird. Aber hoffentlich für die Runde jetzt ein bisschen besser. Das ist jetzt quasi der Zombie-Modus. Ich bin gespannt. Also, der andere Modus war für mich wirklich ein 0 von 10. Da habe ich gar keinen Spaß, weil es halt Beutegeld ist. Hier, ich lande Grannys. So. Jetzt Jungs. Kämpfen auch mal beiß, jetzt die Meta machen. Komm. Einer landet hier auch. Föger Cards. Okay. Cut. Das, was er gesagt hat, heißt GG gut gespielt, ne? Das Wort mit C. Ja. Was er gesagt hat. Cut. Chris, komm mal her. Komm mal her. Easter Egg. Chris, komm mal her. Nur Chris. Du nicht. Du nicht. Ich bleib stehen, okay. Nur Christoph. Nur Christoph komm. Mit dieser Partei würde ich... Panzerknacker! Oh, es gibt sogar die Key Cards hier. Hat er wie schnell keine Panzerknacker? Okay. Mhm, mhm. MCW? Ah, Zombies! Oh mein Gott, hab ich voll vergessen. Gar nicht drauf vorbereitet gewesen. Ah, Zombies! MCW hat auch wieder einen Minibuff bekommen, ne? Einspiel für Turnies? Aber nur Range, ja. Jaja. Fast alle. Was? Und wieder... Nein, Totten hat wieder Bengajuk gemacht. Lach einfach. Einfach kurz lachen. So? Ja, ja. Es war schon sehr gut. Okay. 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 Dieses, äh, joke of the day. Wo der eine, er cross the room dann immer so richtig krank laut los darf. Nein. Nein. Hast du schon mal gesehen? Nein. Wirklich gar nicht. Sehr lustig. Äh, ja. Ja. Bro, in dem Modus ist die Performance tausendmal besser als dem anderen kann das sein. Ich kann jetzt nicht relayten. Weil in dem anderen Modus das viel cool ist. Bei mir ist die Performance immer geil. Danke. 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 Oh, die haben neue Sounds von den Zombies. Uhu. Wenn die so aufklatschen. Sehr guter Sound. Oh. Ich sag MCW Meter. Oh. 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 Was ist Fury? Weiß ich nicht. Ich bin ja gerade am Freien hier. Es waren mehrere glaube ich. Wenig Damage macht man denn. im Fulltot. Nein. Ja. Oh, ich hab so lange auf ihn eingeschlagen. Er ist nicht gestorben. Ja, warte. In den acht Sekunden werde ich als Zombie respawn. Ah ja. Das ist ja cool eigentlich. Ja. Aber zu Recht sag ich auch, wir haben nur, wir haben nur einen Daumen. So ist es möglich, als hätte ich gerade eine Schelle bekommen. Ich habe falsche Waffen gekauft. Ich habe falsche Waffen gekauft. Du bist der letzte Überlebende deines Tropfen, jetzt geht es bei dir. Ist nicht da? Das war mein Liebner, das war das Western-Halloween. Das kann ich machen. Geht wirklich nicht, oder? Ich habe kein Geld, ich habe hier gerade eine falsche Waffe gekauft. Doch, irgendwas soll ich. Ich weiß noch nicht was. Ich glaube, er kommt selbst dabei. Boah, Löwe. Stark ist er da. Ja, 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 Bock, 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 Bock. Schauen wir jetzt Christian. Den W nehme ich jetzt mit nach Hause. Never back down, never what? Das hier, das sind wir so gebrüllt, ne? Tot. Einer oben. Oh, ich spawne ja als Operator, ne? Nein, das ist schlecht. Tatsächlich, Christian, mein Wiederkommen. Tatsächlich. Tatsächlich. Wirst du, wirst du, wirst du... Ja, ja, ja. Da wird man dann, glaube ich, als normaler Mensch bespawnen. Was ist das krank? Wo bist du? Hast du eine Small? Ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Das ist ja blöd. Lass uns um oben fliegen, oder? Ja, ja, bin unterwegs. Überredet, so schnell ja gesagt. Oh mein Gott, ich bekam den Modell. Aber das, das finde ich wieder, ist ein ganz cooler Modell. War wieder Spaß. Spaß. Bisschen Spaß an der Backen. So, jetzt neue DMR, mal gucken, was sie so kann. So für einen Tick noch gesagt. Sie hat, ähm, sie hat, äh, die, die Box, die frisst mich auf. Hat das immer schon die Animation gehabt, oder habe ich da einfach nicht drauf geachtet? Die macht den Mund, die macht irgendwie die Fressluke jetzt weiter auf. Ja, geil. Jetzt eine Reventum Box. Sie kotzt hier aber auch wieder? Sie kotzt wieder, ja, ja, doch. Ich glaube, ich bin angekotzt gerade. Ich warte drauf. Ich bin angekuckt. Na, wie viel Leben haben die Zombies? Was wahrscheinlich andersrum gefixt ist, dass die nicht so viel Damage machen. Dafür haben die halt unendlich Leben. Nein, nein. Also ich wurde nicht so sehr angekotzt von der Box. Also die hat wirklich... Ne, ne, die hat nicht gekotzt gerade bei mir. Nicht? Ne, aber nicht. Ich hab das traurig gesagt, Alter. Ja, normalerweise, wenn die Kiste kotzt, werd ich glücklich. Gar nicht so viele Leute alive, oder? Und wo sind die Jumpscares? Hallo? Ich bin jetzt auch noch nicht erschrocken. Wo ist der Spaß? Nein, das ist hallo. Der Modus ist ganz cool. Links. Okay, wo ist er? Ich mach Fallschirm auf. Nein, das dauert so lange. Nein, also... Wie kann ich dich nicht hören? Kauf ich. Boah, man bleibt ja so lange aufm Kopfbett liegen. Muss ich noch kaufen. Schöne Shorts. Macht ja gut. Ganz kurz hier. Das haben wir noch abgesplachen. Uh, Baby. Einfach Dave. Grüße! Oh, also das ist da oben? Ich sitze jetzt wirklich... Also das ist halt... Scheiße. Oh, er ist so ein Rooser. Ich schreibe auf Englisch. He's by me. Und? So. Und jetzt in den Rücken gesnipet. Oh mein Gott. Löwe. Der Sniper guckt ja immer noch, ne? Du musst jetzt zwei kaufen. Töttern sagt nix, wenn der tot ist. Ah, das ist doch doller als sonst. Ja, aber der kotzt ja nicht, weißt du? Ja, aber der frisst mehr. Boah, er kämpft wirklich als ein Sniper auf dem Ton. Boah, fürs Team. Boah, fürs Team. Und his name is GIMRK! Yen is here! Was? Fake Lodi. Ist immer noch der Bug. Wird niemals zu Ende sehen. Dieser Bug. Was? Was? Das ist krass. Hä? Wie das? Ja, ernst? Ich bin vorhin nicht mit Leute gespawnt. Dann gönne ich euch auch nicht. Ja, ist ehrlich so. Verstehe ich aber. Hier ist wieder die Fressbaut. Guck. Was? Ey, erst will ich dich jetzt schuldigst. Wollen wir die oben pushy pushy? Wollen wir die oben pushy pushy? Wollen wir die oben pushy pushy? Bist du acht? Ja. Hm? Hm? Weiß ich nicht. Nicht mit dem Gesicht. Oh mein Gott. Ich bin oben, by the way. Kleinen Spaß gemacht. Ja, komm mal bitte schon einfach. Bin da. Stark, Junge. Schön. Hallo. Gutes. Abo. Hab dich, Großer. War das ein Zombie? Ja. Da kommt einer hoch. Warum geht der auf dich? Hallo, hey. Was das denn? Oh, hier ist das schwierig. Oh, also. Hallo, hey. Da gibt dir eine Anzeige. Nein, ich habe den Stuck. Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. FH von hinten. Er ist hier. Live-Marker. Kein Live-Marker, aber genau hier. Löwe. Löwe. Töten, Löwe. Ohne die Spitzen ab hier. Oh ja, stimmt. Aber könnt ihr eine Smoke schmeißen auf die Spitzen? Ja. Der Sound ist wirklich weg. Hä, der Sound ist weg. Das ist schon korrekt. Ich bin wieder da. Um die. Noch einer über die gelandet. Namen vergessen. Einer rum. Einer rum. Ich will nicht Phil sagen. Base. Wo ist Kotze? Für. Überall Kotze. Ja, meine. Mir fehlen, äh... Ja, von hinten glaube ich schon. Ist die Kotze? Wer ist hier gelandet? Er ist hier. Vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Boah, Löwe-Töten. Was? Ich muss mich noch platen. Zombies können in Gas überleben, ne? Ja, ja. Hinter uns Zombie. Oh mein Gott. So. Überall. Überall. Und, äh, Tower. Tower wieder. Einen Kugel hab ich gegeben. Tauer. Wo schießt der denn? Ah, da. Ganz oben Tower. Weak. Aber nicht, nicht nur ganz oben Tower. Auch etwas weiter oben. One-Shots. Oh, küsst mich. Alter, Zombies, Zombies. Ich hab automatisch passen auf, einfach. Komm runter, komm runter, nicken. Hier, wir bin unten. Schön ist, schön ist der Jungs. Kost mich voll. Da ist er, da ist er. Knock, 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 knock. Wer ist da? Oh. Der kommt von da. Ja, das ist schlecht. Das ist auch schlecht jetzt. Okay, ich geh zu. Stopp, 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 stopp. Ja, aber, oh mein Gott, wer hat kommen? Ja, Bro, der Hock hört immer noch auf dem Turm oben. Nein! Oh nein! Oh nein! Die hocken da zu dritten. Ah, Mist auch. Schweinebacke. Äh. Hier sind noch zwei Spritzen. Kann sich seine eigene Sachen spritzen eigentlich? Oh, sind die ass gewesen, ne? Ja, ja. Ich hab alle, ich hab zwei Stück von denen geholt. Von Zombies. Alter, man kann. Kann als Zombie ja den Shop. Hä, ist der blöd? Oh, ich komm wieder rein, ich komm wieder rein. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Die Zone, die Zone Pulse, äh, aufs Gebäude. Mann, wie kann ich den scheiß Jump machen? Ich brauche noch den. Zone-Move komplett scheiße, sag ich direkt. Die Zombies machen wirklich null Damage. Ich hab noch keinen Zombie mehr gemacht. Ich glaub, du musst den Fury angreifen, dann machst du mehr Damage. Das ist schon eine Pflegstunde. Er bleibt die ganze Zeit im Gas, ne? Er ist cool, das. Ich hab den ersten gekauft. War dumm, Phil hatte Geld zumindest wiederkaufen. Ja, war dumm, natürlich war dumm. Ich kaufe ersten, was wir ja dumm. War dumm. War dumm. War dumm. Ist das krank. Fuck. Pass auf, über dir? Über mir? Nee. Hat das jemand gehört? Ja. Richtig laut. Ein bisschen hab ich gehört. Also übertrieben laut. So viel falsche Hörer. Der Blinkel hat noch vor fünf Jahren geholzt. Von mir waren sieben Leute. Sieben Leute waren nicht. Jeder hat's gehört, wirklich jeder. Krass. Vincent war auch kurz auf dem Kreuz, kurz rübergekommen und gesagt, den hat er auch gehört. Gigi's. Gigi's. Ich mag den Modus. Es ist zwar wirklich das gleiche wie seit vier Jahren, aber der Modus ist trotzdem witzig. Liebe Grüße. Aber warum nicht Wurzikstan, aber ist die Frage. Ja, das stimmt, weil Mittelroyal stirbt.